Ben Filio war ein philippinischer Drehbuchautor und Regisseur. Leben Filio begann zunächst als Drehbuchautor in der philippinischen Filmwirtschaft und gab sein Debüt 1959 mit dem Drehbuch für Cahapon Lamang. In den folgenden Jahrzehnten verfasste er die Drehbücher für über 70 weitere Filme wie zuletzt 2002 für Homelon Dariba. Mitte der 1960er Jahre fing er dann auch seine Arbeit als Regisseur an und inszenierte 1966 mit Target, Sexy Rose seinen ersten eigenen Film, dem fast 50 weitere Filme folgte wie zuletzt 2002 Dureggins. In seinen Filmen wirkten zahlreiche namhafte philippinische Schauspieler wie der sogenannte King of Comedy, Dolphy, der Rapper Andru E. oder der Komiker Jimmy Santos mit. 1994 hatte er seinen einzigen Auftritt als Schauspieler in dem Filmikavang Miss Universe N.G. Buhaiko. Filio war mit der Schauspielerin Zenit Sabala verheiratet, die zweimal für den Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Award nominiert war. Ihr gemeinsamer Sohn war der Schauspieler und Drehbuchautor Johnny Delgado, der wiederum mit der Schauspielerin und Regisseurin Laurice Agilent verheiratet war. Aus deren Ehe stammten die Töchter Anna Felio und Irina Felio, die beide ebenfalls Schauspielerinnen sind. Filmografie Drehbuchautor 1963 Trekant Os 1964 Bilis et Tapang 1967 Let's go merry go round 1968 An banal an ganit et an pusakal 1972 Itik Itik 1989 Envalesting Love 1992 Aleban Gürz Regisseur 1968 Der Devil 1973 Kasing Kasinko 1989 One Two Batou Three Four Bapour 1994 Pinnag Piyak Nabunga 2001 2001 Weid Amenit Kapeng Meinet Tadapl Jazmine Irrecksz basat 92 一